Hallo Herzlich Willkommen auf meinem Kanal heute. Kleines Hecklappen Video, ich habe ein kleines Problem. Es klappert und rappelt im Heckbereich beim Autofahren. Nicht unbedingt jeder Kurve, aber schon ziemlich nervös. Ich hoffe, ich bin auf der Spur gekommen. Ich habe gedacht, es kommt immer aus dem Unterboden. Da lag ein paar Schrauben, aber es klappert immer noch. Durch Zufall bin ich hier drangekommen. Hier die Schelle. Hier ist alles fest. Wenn ich den Herd klappere, klappert das. Ich denke, das ist der Grund gewesen, warum das immer so klappert. Okay, ich hoffe, das war es gewesen. Wenn es bei euch klappert, guckt einfach mal, kontrolliert mal nach. Vielleicht ist es das gleiche Problem. Tschüss. Musik 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 Vielen Dank.